Neben vielen großen und sichtbaren Neuerungen und Features hat Apple in iOS 16 auch kleinere und versteckte Funktionen hinzugefügt und eine Auswahl der besten neuen versteckten Funktionen in iOS 16 möchte ich euch gerne in diesem Video zeigen. Sollten dich Videos rund um das iPhone, iOS oder allgemein zu Apple interessieren, dann lass jetzt gerne ein Abo da und wir schauen uns direkt nach dem Intro einmal ein paar versteckte kleinere Funktionen in iOS 16 an und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Ich würde sagen wir starten auch direkt mit der ersten versteckten Funktion und dazu öffnen wir hier einmal den Safari Browser und ich bin hier direkt einmal auf die Apple Website gegangen, denn wir haben jetzt die Möglichkeit mit iOS 16 ganz einfach Währungen umzurechnen und zwar zum Beispiel hier in einem Text von Dollar in Euro und dazu können wir hier etwas markieren, dann hier einmal rauftippen und dann können wir hier zweimal tippen, um eben hier in diesem Aktionsmenü bis zu dem Bereich zu kommen, wo uns eben hier das Ganze umgerechnet wird. In diesem Fall sind aktuell 999 Dollar aufgrund des schwachen Euro-Kurses 994,40 Euro und so habt ihr die Möglichkeit immer in unterschiedlichen Währungen direkt in Euro umzurechnen, was auf jeden Fall super praktisch ist und das Ganze funktioniert nicht nur mit Euro bzw. mit Währungen, sondern zum Beispiel auch mit Grad Celsius in Fahrenheit. Ebenfalls etwas versteckt in iOS 16 ist das neue Shazam Interface. Wenn wir Siri nach einem Song fragen, was ich jetzt einfach einmal ausprobieren werde, wie heißt dieses Lied? Moment, lass mich kurz zuhören. Und wie ihr seht, erscheint das jetzt hier oben als neues Interface, was auf jeden Fall ziemlich cool aussieht und so könnt ihr direkt nach einem neuen Song fragen und der wird euch hier dann auch entsprechend angezeigt. Kommen wir als nächstes zu einer kleinen Änderung innerhalb der Bücher-App und zwar hat sich hier ebenfalls das Interface geändert. Wir haben hier unten jetzt dieses kleine Menü, dort können wir einmal rauftippen und dann erscheint hier eben ein komplett neues Design, wie wir eben die Möglichkeit haben, das Ganze einzustellen. Sprich, wir sehen, wie viel Inhalt wir bereits gelesen haben, wir können auf die Kapitelvorschau gehen, wir können im Buch suchen, wir können hier eben das Ganze einstellen, wir können also die Größe verändern, die Schriftfarbe, die Schriftform und so weiter. Also hier gibt es dann einige Optionen, außerdem haben wir die Möglichkeit, das hier zu locken, zu teilen oder eben auch ein Lesezeichen zu setzen, also hier jetzt in einem komplett neuen Design. Wenn ihr mit iOS 16 einmal in die Einstellungen geht und daraufhin etwas nach unten scrollt, bis zum Bereich Allgemein, dann habt ihr hier jetzt die Möglichkeit, unter Info einmal auf eure Geräteversion zu gehen. Das heißt, ihr könnt hier nicht mehr nur euren Namen verändern, sondern ihr habt jetzt hier auch bei iOS-Version die Möglichkeit, dort drauf zu tippen und dann bekommt ihr hier nochmal genaue Informationen, welche iOS-Version ihr aktuell mit welcher Build-Number installiert habt und was dieses Update denn überhaupt für Verbesserungen bietet. Also hier nochmal so einen groben Überblick, was ihr dann überhaupt auf eurem Gerät aktuell installiert habt und nicht mehr nur die einfache Versionsnummer, sondern eben noch ein paar weitere Parameter. Bleiben wir für die nächste versteckte Funktion auch direkt in den Einstellungen und gehen hier einmal auf WLAN und jetzt haben wir oben rechts die Möglichkeit, auf Bearbeiten zu tippen und per Face-ID diese Funktion zu entsperren, denn dort sehen wir alle unsere WLAN-Netzwerke, mit denen wir je verbunden waren. Das werde ich jetzt hier einmal machen und dann seht ihr schon eine ziemlich lange Liste mit WLAN-Netzwerken, mit denen ich verbunden war. Das ist jetzt hier nicht nur auf dem iPhone 13 Pro gewesen, sondern eben auch über meine Apple-ID verknüpft mit älteren Geräten und anderen Geräten. Aber hier habe ich eben einen relativ großen Überblick und wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf die AirPod Express gehe, ist ein sehr altes WLAN-Netzwerk von mir, deswegen kann ich das hier auch ohne Probleme zeigen, gibt es schon lange nicht mehr. Und hier habe ich jetzt eben die Möglichkeit, sogar auf das Passwort zuzugreifen. Ich kann hier den Datensparmodus aktivieren, private WLAN-Adresse aktivieren, dann kann ich hier das Tracking der IP-Adresse noch beschränken, kann die IP nochmal konfigurieren, DNS, Proxy und so weiter. Also noch ein paar Dinge hier anpassen. Ich kann dieses Netzwerk ignorieren. Ich kann automatisch verbinden, ein- und ausschalten. Ich kann aber eben auch hier auf mein Passwort zugreifen. Wie ihr seht, das wird hier jetzt angezeigt. Wie gesagt, das Netzwerk gibt es nicht mehr und das Passwort ist jetzt auch nicht sonderlich spektakulär. Und hier habe ich eben dann die Möglichkeit, dieses sogar zu kopieren, um es dann zum Beispiel zu versenden. Machen wir weiter mit der Live-Text-in-Video-Funktion und dazu habe ich hier mein Video pausiert, was ich innerhalb meiner Fotos-Mediathek habe. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel einfach reinzoomen und habe die Möglichkeit, die Live-Text-Funktion auch in einem Video zu verwenden. Das heißt, ihr seht, ich kann hier das Ganze markieren, kann dann kopieren, nachschlagen und so weiter. Und es funktioniert hier eben sehr zuverlässig, auch mit nicht gerade typischen Schriftarten und eben auch in einem Video, was natürlich super praktisch ist. So kann man innerhalb von irgendeinem Video, was man jetzt zum Beispiel aufgenommen hat, in irgendeinem fremden Land ganz einfach hier diesen Text kopieren und den dann auch direkt sich übersetzen lassen. Eine weitere versteckte Funktion befindet sich innerhalb der Einstellung für Siri und dazu scrollen wir hier etwas nach unten bis zu Siri und suchen und finden dann hier auch schon direkt Nachrichten automatisch senden. Und das können wir hier jetzt aktivieren. Und wenn das aktiviert ist, dann wird automatisch über Kopfhörer oder Careplay, je nachdem, was ihr hier verwenden wollt, eben eine Nachricht, die ihr per Siri versenden wollt, direkt versendet. Sie wird also nicht nochmal vorher vorgelesen oder ihr werdet nicht nochmal gefragt, soll diese Nachricht wirklich versendet werden an den und den Kontakt, sondern sie wird eben automatisch versendet und das kann auf jeden Fall sehr viel Zeit sparen. Und wenn ihr sowieso die Nachrichten an zum Beispiel einen Partner schickt, dann ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, ob sie komplett richtig geschrieben ist oder ob da irgendwelche Rechtschreibfehler drin sind. Dementsprechend kann man das dafür auf jeden Fall gut verwenden. Die Apple Fitness App, die ihr hier unten seht, die gibt es schon ziemlich lange, allerdings lediglich nur für Apple Watch Nutzer. Das heißt, wenn ihr eine Apple Watch besitzt, dann kennt ihr diese App auf jeden Fall. Wenn ihr aber bisher keine gehabt habt, dann hattet ihr diese App auch nicht auf eurem iPhone. Und nun ist es mit iOS 16 so, dass jeder diese Fitness App ebenfalls auf seinem Gerät hat. Das heißt, man kann trotzdem das Tracking, was eben über die Apple Health App und grundsätzlich über das iPhone geschieht, hier ebenfalls dann einsehen. Man kann sehen, wie viel man gelaufen ist und so weiter. Also diese Dinge funktionieren dann trotzdem. Natürlich nicht so umfangreich, wie wenn man eine Apple Watch besitzt, aber grundsätzlich ist die Fitness App jetzt mit iOS 16 auf jedem Gerät verfügbar und jeder kann sie nutzen. Für die nächste Neuerung gehen wir einmal in den Lockscreen, denn natürlich können wir unser Gerät ganz klassisch weiterhin per Face ID entsperren mit iOS 16. Die Besonderheit ist nun aber, dass wir unser Gerät auch im Querformat entsperren können. Das heißt, wir können es hier zum Beispiel einmal drehen und ich kann mein Gerät hier trotzdem entsperren. Das heißt, ich kann jetzt hier trotzdem das Ganze hier einmal hochziehen und das funktioniert eben ab iOS 16 auch im Querformat, was natürlich eine ziemlich coole Funktion ist, sollte man irgendwie im Bett liegen oder so und das Gerät ist eben nicht im Hochformat oder das iPhone liegt auf dem Tisch und ist nicht im Hochformat, dann könnt ihr jetzt auch im Querformat ganz einfach per Face ID euer Gerät entsperren. Eine weitere sehr praktische versteckte Funktion in iOS 16 ist die Türerkennung für Sehbeeinträchtigte als neue Bedienungshilfe und dazu müssen wir einmal die Lupen App öffnen und innerhalb dieser App haben wir sehr viele Möglichkeiten und zwar können wir auch hier in den Einstellungen ganz einfach den Erkennungsmodus aktivieren. Den habe ich hier jetzt nach oben gezogen, der befindet sich normalerweise dann eben hier unten und den müssen wir natürlich noch konfigurieren und zwar hier unten findet ihr einmal die Personenerkennung, die sehr praktisch ist, aber eben auch die Türerkennung und dort können wir dann einstellen, ob das in Meta sein soll, dann hier die Entfernung und Tonhöhe, Tönesprache, Haptik und dann können wir hier unten noch die Farbe auswählen, auf Rückseite tippen zum Aktivieren, Türattribute aktivieren, Türbeschilderung, also all diese Dinge können wir hier noch zusätzlich einstellen und wenn wir jetzt mit unserem iPhone mit der Türerkennung, die wir hier jetzt einfach mal aktivieren, in einem Zimmer herumlaufen, seht ihr aktuell, wird nichts erkannt, wenn ich aber auf eine Tür zeige, dann wird diese Tür umrahmt und ich habe daraufhin eben haptisch und auch per Sprache sozusagen eine Benachrichtigung, wie weit die Tür entfernt ist, ein Meter, zwei Meter, einen halben Meter und dann sagt mir mein iPhone sozusagen, dass ich jetzt vor der Tür stehe, ich kann sie öffnen, ob die Tür geöffnet oder geschlossen ist, all diese Dinge werden eben erkannt und dann eben auch laut ausgesprochen und das kann natürlich sehr, sehr praktisch sein. Das gleiche funktioniert auch mit der Personenerkennung, das heißt, wenn ihr irgendwie durch die Stadt lauft und ihr könnt nicht so gut sehen, dann werden eben Personen in der Nähe erkannt, sodass ihr nicht gegen diese gegen lauft und diese Funktionen sind super praktisch, kann ich sehr empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, sprich hier einmal den Einstellungen in der Lupe aktivieren und dann hier den Erkennungsmodus und schon könnt ihr das einmal bei euch zu Hause ausprobieren. Bleiben wir auch direkt bei den Bedienungshilfen, denn hier hat Apple eine weitere sehr praktische Funktion hinzugefügt und zwar gehen wir dazu in die Einstellung, scrollen dann herunter bis hier zu den Bedienungshilfen und hier haben wir jetzt eine neue Option, nämlich Geräte in der Nähe steuern. Dort gehen wir einfach einmal rauf und gehen dann hier auf Geräte in der Nähe steuern und dann werden die hier auch schon erkannt, in diesem Fall mein iPad, was ihr im Hintergrund seht und dieses kann ich jetzt ganz einfach steuern, das heißt ich kann hier zum Beispiel das Control Center öffnen und ihr seht im Hintergrund, dass das Ganze hier passiert, ich kann es wieder schließen, ich habe die Möglichkeit ins Multitasking zu gehen, ich kann hier in das Notification Center gehen und dieses runterziehen, ich kann den Homebutton verwenden und ich habe hier eben noch viele weitere Funktionen, App-Umschalter, dann habe ich hier Siri, Wiedergabe Pause und so weiter. Das kann ich hier alles verwenden, ihr seht jetzt im Hintergrund Siri funktioniert, also das ist eben alles möglich und ihr habt nicht nur die Möglichkeit ein iPad zu steuern, sondern zum Beispiel auch eine Apple Watch, dann bekommt ihr das Apple Watch Interface und könnt dieses dann ebenfalls von eurem iPhone steuern, was auf jeden Fall in einigen Situationen sehr praktisch sein kann. Bei der nächsten versteckten Funktion handelt es sich um eine Kleinigkeit auf dem Lockscreen und zwar haben wir jetzt die Möglichkeit das Cover unseres aktuell abgespielten Liedes oder Podcasts und so weiter in groß darzustellen, wir können das einfach einmal antippen, wir können es auch wieder klein machen, was ich auf jeden Fall ziemlich cool finde, also hier habt ihr jetzt die Möglichkeit zwischen diesen zwei Optionen zu wechseln, ich persönlich finde die große Ansicht hier auf jeden Fall sehr schön, aber je nachdem was ihr bevorzugt, könnt ihr das hier jetzt ganz einfach auswählen. Als letzte kleine versteckte Funktion habt ihr mit iOS 16 die Möglichkeit so gut wie überall schnell Notizen zu erstellen, wie zum Beispiel auch auf dem iPad mit iPadOS oder auf dem Mac und zwar, wenn wir zum Beispiel in Safari sind und hier in das Teilmenü gehen, dann können wir etwas nach unten scrollen und finden hier eben die Möglichkeit zu schnell Notizen hinzufügen, dort können wir rauftippen und dann wird hier eben direkt eine Schnellnotiz erstellt, das funktioniert so gut wie überall, wo ihr eben das Teilmenü habt und hier könnt ihr jetzt zum Beispiel eben genau diese Website speichern, ihr könnt dort euren Text hinzufügen, den ihr eben ergänzen wollt und so könnt ihr relativ unkompliziert direkt in der iCloud von überall aus eine Schnellnotiz erstellen, wenn ihr euch zum Beispiel etwas merken wollt oder irgendetwas eben schnell notieren wollt, dann ist das jetzt auch mit iOS 16 auf dem iPhone ganz einfach möglich. Und das soll es dann auch schon wieder mit einem Überblick versteckter Funktionen in iOS 16 gewesen sein, wenn euch das Video gefallen hat, lasst jetzt gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne unten in die Kommentare, ob ihr noch weitere versteckte Funktionen gefunden habt und natürlich auch, ob ihr gerne einen zweiten Teil sehen würdet, würde mich sehr freuen und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr verpassen wollt, dann lasst jetzt gerne ein Abo da und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video wieder, bis dahin, macht es gut!